Aua Servus Leute, heute machen wir mal ein Video und zwar haben wir auch viele mal gefragt wegen roten Nudeln und ich zeig euch jetzt mal wie man das macht Tomatenmark, Kackfleisch, Nudeln, Samen und ja, ich zeig euch mal wie man das kocht Also Leute, heute ist der Jojo mit mir, wir machen heute rote Nudeln Er hilft mir halt ein bisschen, man muss sehen, beibringen wie man kocht Das Nudelnwasser, jetzt muss man warten bis es aufkocht, dann in die Nudeln rein www.herenodeln-verfeiert.de 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 Das Nudeln geht. Aua Und dann die Box, wie geht's dir? Kann ich umfüllen. Die Box, wie geht's dir? Kann ich umfüllen. 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 So Leute, die rote Nudler sind fertig. Ich kann ja nochmal in den Link alles beschreiben, was man dafür braucht und so. Die Zubbereitung. Ja, die Zubbereitung. Wir können es ja auch mal versuchen und mal in die Kommentare schreiben, wie das schmeckt. Versuchen. Versuchen. Versuchen, weil es so schwer ist. Und ja Leute, bis nächstes Mal. Ich geb den Daumen hoch, wenn ich mehr so wie ich das machen soll.